Meine persönlichen Ziele, denke ich, sind erstmal, dass ich mich wieder weiterentwickele, dass ich wieder einen großen und einen richtigen Schritt in die richtige Richtung mache und natürlich mit meinem Fußball, mit meiner Qualität dann einfach dem VfB so gut wie möglich helfen kann, dass wir als Mannschaft dann unsere Ziele erreichen werden. Ja, bei mir muss einfach das alles drumherum stimmen. Die Mannschaft hat eine Riesenqualität, das Drumherum mit den Fans, auch die Stadt hat einfach sehr viel Emotionales und ist einfach wieder was Geiles, wo man einfach reinwachsen kann und einfach wieder auch was Geiles erleben kann und das will ich einfach meinen Teil dazu beitragen. Und wie gesagt, hier passt einfach alles vom Fußballerischen her. Das ist einfach ein Club mit auch sehr viel Tradition und ja, ich liebe sowas einfach und deswegen finde ich es einfach geil, hier spielen zu dürfen jetzt.